Inferno besprochen, haben vorhin noch einen PCW gegen DotPixels gespielt. Und ich sehe gerade, man hat mich nicht gehört, also nochmal jetzt in laut, herzlich willkommen hier bei Nip gegen Maus. Ja, was ich eben gesagt habe, Nip bekommt hoffentlich heute die erste Niederlage reingedrückt. Maus, vorhin noch einen PCW gegen DotPixels gespielt, haben sich auch davor noch ein bisschen Inferno besprochen, so wie ich das vom Server her sehen konnte. Tja, bin gespannt. Jetzt kommen auch die Restarts. Volume sollte passen. So ein Maus startet hier anscheinend als Terror. Wirklich gespannt, was die Maus hier heute umziehen können. Trubel auf jeden Fall gerade Topfragger gewesen, Apox scheint auch nicht schlecht getroffen zu haben. Nuki, der war ein bisschen weit unten im Skowboard, aber sonst sollte das alles laufen. Schauen wir mal, was hier in der Pistole sich ausgedacht haben. Zwei Mitte, drei falsche. So, schneller go ins Haus von Trubel. Haus jetzt schon mal eingenommen. Nip steht relativ standard. Ungewöhnlich fast. Wir wissen, dass eine Haus hinten ist. Trubel mit einer Decoy. Not bad. Und jetzt gibt es einen Contact B. Flippel liegt an. Boah, fehle von ihm vielleicht. Nur Get Right Up Spot. Aber wichtiger Firstweg. Kein einzigen HP-Punkt verloren da. Trubel deckt dann ein bisschen Haus ab. Holt dann nämlich potenziell aggressive Nip-Spieler. Und er holt sich auch so eine Mates jetzt. Die da langsam... Ich dachte, die kommen jetzt mit. Da gehen aber wieder Banane. Trubel wird da wahrscheinlich allein ein bisschen faken. Boah, kriegt aber direkt den Head. Und wir flanen aber City Base. Das könnte vielleicht aufgehen. Boah, da gibt es die Nate in den Hof. Boah, die saß richtig gut. Maus gut abgeflecht worden. Boah, Get Right dann noch einen bekommen. Müssen sie ihn jetzt endlich mal holen. Der wollte noch geflecht werden. Die Bombe scheint gedroppt zu sein. Hat jetzt Sonics erst nicht gerafft. Boah, das wird ganz schwer. Die Runde werden sie nicht mehr holen. Mit Glück legen sie noch die Bombe. Aber selbst das schaffen sie nicht mehr. Ach, schade, Mann. So ein gutes Opening. Wären sie doch mal groß gegangen. Schade auch natürlich, dass Trubel direkt den Headshot da bekommt. Wo Hausmeister rausgeht. Natürlich Worst-Case-Szenario. Wer flan mit den Eco? Boah, die Nate. Wird abgedeckt und exist. Wird der Trubel hier machen können. Maus hat auch... Ah, sie haben sogar zwei Flashes. Dann werden die dann mal geworfen. So, wenigstens einbekommen. Exist ist auch low. So, Nics auch noch 8 HP. Schade, also sie hatten zwei Flashes. Es sah auf jeden Fall da raus, als ob sie Mitte mit Flashes einnehmen wollen. Aber Exist ist da schon viel zu offensiv gespottet. Bombe war nicht auf dem Spot. War da am... Stroh dort down. In der Pistel jetzt. Lag hier oben irgendwo. Forrestman, MP7. Oh, hat er da was gesehen? Aber schön nach hinten geguckt. Oh, nice. Schön ein Schuss von Kerrigan. Boah, nice. Abhox auch einen Frack gemacht. Boah, der nen Hass. Und nur noch einer am Spot. Boah, die Runde können sie sogar machen. Aber Nip schon... Gut wie sie sind. Sehr gut verschoben. Kriegen noch einen. Schöne Eko bisher. Leider alle low. Abhox hier der Einzige, der es richten kann. Bombe gelegt. Anabha, Hass und Freeberg schon sehr weit Action da. So, Abhox gut weggesmoked. Gut aus dem Spiel genommen. Boah, die Smoke einfach so perfekt geworfen von Freeberg. Schnapper kann es gleich nochmal. Ich weiß nicht, wo die Bombe liegt. Oh, die scheint defensiv zu legen. Oh, und Gatred deckt ihn da ab. Jetzt wird er durchgefused. Ja, ach, schade, Mann. Aber wieder einfach so gut gespielt von Nip. Die Smoke hat es einfach entschieden. Ach, Mann, ey. Trotzdem eine sehr, sehr gute Eko. Jetzt habe ich auch nicht mehr gesehen, wo Abhox da genau den Frack gemacht hat. Trotzdem lässt es natürlich auch auf die Equipped Drowns. So, direkt Agro von Abhox in die Banane. Nip wird da standardmäßig gedeckt. Ausschneller Tape von Kerrigan und von seinen Mates. Also, was bei Nip auffällt, ich bin sehr, sehr aggressiv. Plan mit Aabe. Abhox am B-Fürstweg setzen können, aber direkt der Refrag von Gatred. Und der behält dann auch noch die Kontrolle mit der Smoke. Also, er wird dann wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang allein am B bleiben. So, Maus komplett, äh, Haus, Sonics in der Mitte mit Bombe. So, jetzt ist die Frage, wie nimmt man in der Mitte ein? Da wird noch gewartet. Nuki mit einer Smoke, Sonics auch mit einer Smoke. Schauen wir uns mal an, wo die hinfliegen. Da kommen sie. Sandkasten gesmoked, Action gesmoked. Das ist der Go. Flash für großen Sand. Kerrigan ist nicht blind. Flash zweimal, vielleicht überflüssig. Gibt Gas. So, man ist Spot. Schöner Go eigentlich bisher. Leider hat die Unterzahl. Spot muss fallen. Oh, wie blind Trubel da ist. Schöner, schöner Fakt. Wichtiger Fakt von Sonics. Action auch schon angesagt. Nice. Schöner Fakt, äh, Trubel auch. Wieder da im Action, der CD. So, weit überhers. Trubel steht auch Anti-Flash im, der Ruine, äh, im Friedhof. Schönes Doppel da auch. Weiß, da hat Trubel gewartet, bis auf Spot angesagt wurde. Dann macht er auch seine... Wie viel waren sie jetzt? 2K. Trubel mit 2 Sonics, 2 Apox 1. Sehr, sehr starke Runde. Und hier wird Pause gefordert. Also, hinten tun sie schon echt gut. Haben ein guter Go eben. Die zweite Smoke, die... Habe ich jetzt leider nicht ganz gesehen, weil die ewig gebraucht hat, um aufzugehen. Auf jeden Fall war hier ungefähr gesmoked, also... Haben sie auf jeden Fall schon mal einen guten Go überlegt. Hoffentlich haben sie sowas auch am B und vielleicht noch ein bisschen eine Alternative am Haz. Auch Abrock ist sehr wichtig. Er scheint da immer das Duell zu gewinnen. Holt sie immerhin zumindest einen 1-1-Austausch. Von daher ist es okay, auch wenn er danach stirbt. Macht er einen guten Job in der Banane bisher. So, wir gehen jetzt zu Tritt rüber. Holen alle nach. Da gibt es einen RS-Tower von Nip. Den habe ich so auch noch nie gesehen, den Go. So, Nip spielt aber weiterhin aggressiv. Ach, Schnapper wieder First-Fact setzen können. Boah, den zweiten im Zusammenspiel mit Sonics. B ist somit frei. Nip alle über CT-Base am Schieben. Ruine eingenommen, sehr stark. Trubel hat er auch nach hinten. Jetzt muss er nur noch Ruine halten. Spielt man da ein Doppel... Ja, Sonics lenkt ab für Kerrigan. Boah, das Eck wird aber gecheckt, sehr stark. Aber wichtig, O-Refact von Sonics. Nice. Schöne Frakes. Gutes Aiming. Äh, nimmt das Hater. Also, scheint sich gut zu machen, der Junge. Zwei Equip-Transits schon mal in Folge. Und Nip. Haben sie Eco? Ja, also das ist auf jeden Fall eine Eco. Oh, was sind da denn für Icons am Start? Habt ihr alle Twitch-Turbo schon, oder was? Und das Icon wird nicht angezeigt? Oder lädt das noch bei mir nicht? Schreibt's da in die Kommentare, bitte. Troubly-A-F-K? Wtf? Ist der abgekackt? Sein Ping. Aufwendet sich scheinbar eh nichts. Immer noch Base. Er ist aber noch auf dem Server mit vier Frakes. Keine Ahnung, was da los ist. Boah, Schnapper macht ein unglaublich starkes Spiel an B. Gefällt mir. Auch wenn das natürlich jetzt eine Eco ist, trotzdem. Jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Schnapper kriegt's gar einen zweiten. Den dritten vielleicht auch noch. Sehr schön. Letzten Base. Ich kriegte sogar das Ace. Komm schon, schnapp ihn hier. Wer weiß, wo er ist. Komm schon. Lass ihn. Gib ihm das Ace. Ach, schade. Aber stark. Dreh-Drei. Jetzt Rubel macht sich gerade einen Burger. Sehr schön. Die Icons laden bei mir, finden wir nicht. Aber... Egal. So, Banane. Aggressiv von Nip. Stellen da... Jetzt auch ein bisschen was um. Pushen sie Tritt-Banane. Mit auch Aggro. Also es ist ja nicht so, dass sie vorhin nicht schon aggressiv gespielt hätten. Aber jetzt ziehen sie es wirklich extrem durch. Und dann muss gleich... Oh, sie sind... Wie weit sie zurückgedrängt sind. Ach, mag es noch an der T-Base fast? Vielleicht für Mitte? Herr Maus weiß das. Ist das... Haus durchgegangen? Äh, hätten durchgehen können... Oh, Kermit, pass doch links auf! Ey, da sind sie schon... Sie sind sich stattdessen bewusst, dass da was ist. Aber wie Kerrigan da reingedaddelt ist... War jetzt nicht wirklich gut. So, jetzt hier mit der Einnahme... Ah, okay! Rechts noch einer. Schön, ein Briefwake. Aber noch die Unterzahlung Couch steht immer noch einer. Wie der Smoke. Jetzt werden sie auseinandergenommen. Abbruchs mit 2 AP. Eieiei, der Push von Nip auf jeden Fall. Gut ausgezahlt. Schade, dass Kerrigan da so komisch mit einer Flash rum ist. Kleines Missverständnis wahrscheinlich. Ah, die Frage, ob Nuki Ansage ist... Ja, das ist er. Nuki ist dazu gekommen für Nex. So, weiter in Standardaufbau. Forrest, sehr aggressiv. Aber auch alleine. Den ersten aber Müll wegträgt. Sehr stark. Gut, dass da zu zweit ins Haus gegangen wird. Schnappert wieder die Kontrolle am B. So, Nip bleibt aber mal 2 Mann am A. Es ist spotted aber immerhin wenigstens. So, und Getrade für alle, die die Pro-Tipps gesehen haben. Da sieht man gerade genau das, was Getrade in dem Video gesagt hat. Macht er jetzt eigentlich auch immer. Steht da die ganze Zeit mit Flash. Wartet, bis irgendeine Ansage kommt. Das ist echt krass, finde ich. Wie Nip immer noch zu zweit am B spielt. Also haben da schon einen guten Riecher. So, Smokes gibt's. Flashes gibt's. Oh, Getrade hält einfach rein. Oh, und da ist sogar noch ein Team-Frag von Sonics. Das ist am B. So ein Late-Bego hat bisher leider noch nicht geklappt. Hat bisher nur funktioniert, wenn Abrox da den Frag setzt. Wenn Abrox da den Frag gesetzt hat. So rum. Aber so ein Late-Bego, für eine, wenn man sich mit Grants ankündigt. Hat bisher noch nicht funktioniert. Was ganz geil wäre, wenn man das jetzt ausnutzt. Wenn man das einfach nochmal spielt, aber dann halt nicht drauf rennt, sondern zurück geht zum A. Weil man sieht eigentlich bei Nip, sie schieben immer sehr schnell. Natürlich sind dann Grants weg und so, aber sowas könnte man mal probieren. Das ist ein Eko. Diesmal sehen wir vielleicht auch die Flashes in Aktion. Nuki wird da gleich Mitte flaschen. Wird, glaub ich, noch auf Trubel gewartet, bis er... Ja. Hausmeister ready ist. Jetzt gab's die Flashes. Boah. Boah, was? Was war denn das für Glockhead-Schutz? Alter. Spots so mit eingenommen. Geht direkt Ruine. Äh, was sag ich denn mit Ruine? Äh, Friedhof. Boah, die Mates haben da Angst. Da liegt noch eine Smoke. Ah, die ist jetzt leider natürlich weg. Trubel, ich muss da mithelfen. Boah, da wird jetzt hier nichts so stark ab. Er hat noch Flashes. Hätte die Flashes verwenden sollen. Warte, hat er in den Mates gesmoked. Auch nicht schlecht. Hits leider nicht durchgegeben. Bombe haben sie aber gepickt. Wir gehen jetzt über Haus. Gute Wahl. Aber Nipp legt an. Boah, Gatwright muss da auch hochgezielt haben. Ah, ist doch nix. Ja. Boah. Warte mal eine schöne Head. 20 Sekunden noch. Er muss Gas geben. Sind das Action schon da? Alter. Ach, der hat halt so lange gebraucht. Schade, Mann. Schon wieder knapp vor dem Eco-Win. Das gefällt mir doch schon mal. War es P250, wirklich? Ja, da nehme ich das zurück. Aber trotzdem, starke Frags. Feindet der durch die Smoke da an die Laubensäule. Ja, diese Lecks, wenn ich in einer fällt, nerven mich auch extrem. Schnapper. Ach. Boah, hat ihn echt noch bekommen. Mit Headshot durch die, durchs Holz da, durchs Auto. Also seine Bilanz ist wirklich sehr stark. Sieht man auch direkt am, am Scoreboard. Sehr ausgeglichen. Nuki fällt da leider ein bisschen ab. Hat auch noch bisher keine einzige Szene gehabt. Boah, Haus wird wieder eingenommen. Nuki schiebt jetzt auch hin. Also man will wieder groß gehen. Über Health wäre jetzt vielleicht mal eine gute Möglichkeit. Der ist sogar offen. Schauen wir, was Nuki ansagt. Der Maus weiß, dass es defensiv gespielt wird. Gehen tatsächlich über Hass. Zwei Hass, einer Action und einer House. Bin ich gespannt. Boah, sie kriegen den Frag. Und jetzt drehen sie ab. Nice. Bleibt Haus. Kerrigan springt raus. Große Sandkasten frei. Boah, krasser Headshot in Forest. Aber direkter Refrag wieder. Gefällt mir auf jeden Fall, dass Maus sehr, sehr schnell immer die Refrag setzt. Action aufpassen. Ne. X ist da sehr weit unten noch. Trotzdem die Runde nach extrem knapp. Troubling Nummer 3 HP steht diesmal auch nicht. Ähm. Friedhof. Die zielen auch alle nicht. Das Troubling da oben haust. Aber ansonsten sind alle defensiv. Oh. Sonics wurde da abgefliegt aufs Spot. Schönes Timing. Ach, der hat Troubling sogar gemacht. Oh, Nix. Das läuft weg. Also, nächste Equip. Schattet das, wenn ich auf Sonics drauf war? Aber der macht heute ein gutes Spiel, der Junge. Das Herr ist rumgezogen, hat da hinten auf jeden Fall den Frack gesetzt. Vielleicht hat er auch ein Mate weiten Strafe gemacht. Kann auch sein. Auf jeden Fall muss es ganz gut gespielt gewesen sein von Maus. Und jetzt bleiben sie sogar relativ gut dran mit der vierten. Sollten sie die machen, dann Anschlussrunde. Dann müsste Nip vielleicht sogar sparen schon. Sollten sie behalten? Dann ist er direkt drauf gewesen. Oh, der macht beide. Was für ein random Move. Das hat er vorhin schon mal... Also mit AK hat es vorhin nicht geklappt. Da hat er nur einen gemacht. Und mit der P250 einfach zwei Fracks. Ach, Mann. Okay. Ich bin da eingenommen. Okay. Alter. Ich kriege ihn aber auch nicht kaputt. Ich habe gerade mal 50 Damage gemacht. Ach, Mann. Die Runde wäre so wichtig gewesen. Aber Forrest entscheidet sich da einfach mal. Immer langen Gang mit Einzelskill. So schnell kann es gehen. Hat sich auf jeden Fall gut auf das Mausspiel im Haus eingestellt. So, Maus hat... Wieder Echo. Ja. Wieder Akro. Wir sind das anscheinend auch. Unbedreht geholt. Dann fährt er schon Mitte runter. Kurgan macht da auch keinen mehr. Abhox der Einzige mit einem Frack. 8 zu 4. Das könnte noch ein... Also rein rechnen, ich könnte es natürlich noch ein 8 zu 7 werden. Aber ich denke, mit einem 10-5 kann man sich durchaus zufrieden geben. Angesichts der Tatsache, dass ihm die Pistole nicht geholt hat. Ist doch schon mal ganz akzeptabel. In der Halbzeit-Restart. Reportet einfach alle den Stream. Boah, stark verkommen. Also, es ist krass. Er macht immer einen Frack in der Banane. Stirbt zwar meistens direkt danach. Aber trotzdem... Couch wieder offensiv. Das ist ja so gut, wenn Nuki von der Mitte einfach drüberflächen würde. Für die Mates. Aber Nip hat sich wieder defensiv gezogen. Jetzt gibt es die Flash von Trouble. Jetzt ist die Einnahmemitte. Banane abgesmoked. Nip schon extrem weit offensiv unten. Und Sonics müsste aufpassen links. Die Smoke geht gleich weg. Und jetzt... Jetzt wäre es eigentlich sehr stark, wenn man die Frack setzt, direkt B zu gehen. Leider Freeback erfolgreich. Der Refack kommt. Und... Oh, X ist jetzt schon da. Faken, 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 faken. Ah, gut. War einfach richtig gut gespielt von X ist. Kann man Sonics auch nicht wirklich was vorwerfen. Oh, links im Eck. Links im Eck. Diese Headshots. Einfach aus einer anderen Welt. Schade, Mann. Gut gedacht. Wenn man da ein bisschen mehr Fokus drauf hat. Wenn Sonics da gar nicht allein erst rumzieht. Banane. Sondern wenn sie da direkt sagen, hm, hier unten liegt eine Smoke. Offensiv. Das heißt, äh, zählt jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr weit unten. Wenn man dann das ausnutzt, wartet, bis die Smoke weg ist. Vielleicht mit einer Fläche reinfährt. Den Frag sitzen danach direkt hinterher. Trotzdem an sich ganz gut gedacht. Ganz gut gespielt. Nuki leider immer nur noch mit einem Frag. Maus muss noch eine Eko machen. Also wird es eventuell hoffentlich das 10, 5. Das, womit man sich eigentlich wirklich zufrieden geben könnte. Also wirklich reportet wie die Blöden. Ich erinnere jetzt nicht an was. Eko kriegen sie immerhin schon mal einen Frag. Das ist wirklich super. Keine Ahnung. Nice. Ich hab mal Mitte angelegt. Willkommen, Get right. Das ist so krass. Er wollte gerade schieben, aber ich hab's wahrscheinlich gesagt, nee, es gibt keinen direkten Go. Bleib drüben. Jetzt ist er da, aber... Also er ist echt nur am Hin und Her laufen. Also sehr, sehr charakteristisch. Ich empfehle wirklich jedem das Pro-Tip-Video mit ihm. Da beschreibt er genau, was er macht. Das ist auch wirklich der Fall. So, und jetzt ein B-Fake, wenn nicht ganz gut. Hat man auf jeden Fall noch nicht gespielt. So, und er entzielt sich wieder bei äh, falsche Mitte. Box allein oben. Exist bekommt nämlich eine Flash-Mitte. Und Exist sieht nichts. Okay, jetzt hat er aber einen gehört. Ah, die Bombe schiebt leider wieder rüber. Ich hoffe, hier soll es da wahrscheinlich wieder allein faken. Aber diesmal zusammen mit Nuki. Flash zur Action. Box hat er... Truly hat ihn gesehen. Er moved hier aus. Aber er kriegt den Frack nicht. Und der Go an B. Diesmal sind sie immerhin schon aufs Spot gekommen. Zumindest Kerrigan. Boah, Seitengang aufpassen. Schöner Frack von Apox. Boah, zweiter Frack fällt auf. Nuki diesmal den wichtigen Headshot da setzen können. Oh, Base kann gegengeflecht werden. Nuki allein offensiv. Ach, starke Runde. Jetzt hat er mal Momentum getankt. Bisschen... ...Motivation... ...gibt das natürlich. Wenn er bisher ein vergleichsweise schlechtes Spiel macht. Zumindest Frack-Technik. Und dann einfach mal in einer Runde ausrastet. Zwei enorm wichtige Headshots setzt. Dann motiviert das natürlich auch ungemein für die zweite Halbzeit. Und Applaus hier wirklich für die fünf Runden, die Maus sich nachher spielt hat. Oh, Redis, kommen auch direkt alle. Ja. Also ich mache ungern Stream Restart, weil das Watt dann natürlich auch zweiteilig wird. So, bin sehr gespannt auf die zweite. Zweite Hälfte. Sonics mit Weste, oder? Er hat ne Decoy. Achso, ein P250. Schnell Mitte zu dritt. Boah, gute Naid. Gute Naid gegen Mitte. Zwei schon ungefähr Hälfte abgezogen. Also man hat hier schon mal 100 Damage gemacht, ohne überhaupt einen Gegner gesehen zu haben. So, Flaschmitte. Boah, nice. Starkes Opening. Nochmal den Nades hinterher. Oh, die hat nur einen Damage Point gemacht. Ist doch nix, leider Banane umgestoßen. Nein, warum tutt ihr da jetzt rein? Ey, die Runde könntest du da nicht verschenken? Also Maus hat keine Kontrolle am A. Abrox allein am B steht da auch gar nicht mal so gut. Also er könnte nicht mal weggehen. Vielleicht jetzt nochmal gegen... Maus holt sich die Kontrolle. Sehr schön gegen vielleicht von Abrox. Jetzt nochmal eine. Nip müsste da blind sein. Ah, leider nicht blind genug. Ah, es delayt das Ganze. Und Nuki ist schon da. Also sie haben den Braten schon gerochen. Also, was heißt gerochen? Sie wissen natürlich schon, was abgeht. Haben da Falschmitte ausschließen können. Jetzt zu zweit. Und Nuki bangt da leider rein. Hätte vielleicht Seitengang schieben sollen. Um Abrox hat zu helfen. Falsch gespielt von Nuki meiner Meinung nach. Er darf da niemals bangen. Das bringt doch einfach gar nichts. Einfach direkt Seitengang schieben. Also Ruine. Und dann Abrox helfen mit Kreuzfeuer. Bangt ist total unnötig. An sich war es natürlich wieder gut gespielt. Das ist am Ende von Nuki. Na gut. Aber trotzdem hätte man niemals hier die Unterzahl bekommen dürfen. Da kriegt man schon den Firstfake. Und dann, gut, wie Sonics gestorben ist, weiß ich nicht. Aber dass Kerrigan dann nochmal reinfährt. In den Hausmeister. Verstehe ich nicht. Da haben beide Pistols verloren. Alter, also Abrox. Wirklich für mich heute der MVP. Auto-Director hat mich mal wieder enttäuscht. Und Mitte gibt es eine Falle. Oh, so nix hitze an der Kabeltrommel. Ist er aufgeregt, um nicht gebankt zu werden. Nuki schiebt jetzt auch wieder. Oh, ein Fiflan. Aber hat er das gehört? Nein, ich glaube nicht. Ah, warum fahren sie da rein? Das ist eine komische Ansage am A. Boah, zwei Nixspieler aber richtig low. Jetzt noch ein lower. 6 HP, 31 HP. Banane wird von Nixist gedeckt. Den können sie. Boah, er zielt da am Schlitz. Sie setzen keinen Hitz. Das ist recht schwer da an diesem Auto. Und Nip zieht sich direkt zurück defensiv. Das ist krass gespielt. Aber er ist richtig gut predicted da noch in der Mac. Ach ja, 12-5. Muss eigentlich noch eine Eco einlegen. Außer sie riskieren ja vielleicht was mit P2-5... äh, mit Mac-7 oder sowas. Ne, tun sie nicht. 12-6 Faculty. Sehr stark. Das ist natürlich auch gerade live das Game. Also Abrocks hätte er echt gut am geben. Trotz sich dann auf jeden Fall nochmal auf die Stats zu schauen. Würde mich nicht wundern, wenn er den höchsten RWS bei ihm aus hat. Groß leider gestorben. Schau, wenn er dann noch an der Mitte... Nip-Pro-B. Schöne Zweiten bekommen. So, Nuki und... Trubel. Oh, Nuki vielleicht mit Timing. Pass auf, pass auf, pass auf. Er sieht ihn. Gib Headshot. Mach ihn. Schön. Und Trubel hat Reaktion rumgezogen. Perfekt gespielt. Nuki muss jetzt aufpassen. Ansage ist aber gekommen. Schau, wenn die Defaults... Die Runde müssen sie holen. Die müssen sie holen. Warum Abrocks schiebt der jetzt... Warum schiebt der nicht? Weiß ich nicht. Bombe muss doch angesagt gewesen sein. Trubel hört die Steps, kann ansagen... Oh, gute Entscheidung von Nip jetzt Action zu gehen. Oh, schnapp. Trubel aber allein. Allein ist er auf Spot. Nicht gut verschoben von Maus. Er hört jetzt den Bombe plant. Nein! Warum sind die Mates nicht da? Und jetzt dreht sich die Runde schlagartig. Wieder zugunsten von Nip. Abbox, jetzt erst am Schieben. Jetzt soll ich Trubel wahrscheinlich auch fragen. Wo sind meine Mates? Sonics Einzige mit einer Waffe. Oh, er kriegt direkt die Strafe-Shots. Oh, Headshot. Einer noch, einer noch, einer noch! Nicht bangen! Reicht das? Nein, das reicht nicht. Alter! Warum helfen sie ihm da... Warum helfen sie Trubel da nicht eher? Nee, ich verstehe es nicht. Aber wieder eine enorm gute Eko. Das fällt heute auf jeden Fall auf. Als Terror schon zwei richtig gute Ecos gespielt. Als CT jetzt die zweite richtig starke Eko hinterher. Aber die hätten sie jetzt auf jeden Fall holen müssen. Ich hoffe, das analysieren sie auch noch richtig. Zeigen halt echt Eier, aber dann am Ende halt nicht mehr. Wo sie wirklich die Info brauchen, wo die T's hingehen. So, nicht über Falsche. Erste Crip übrigens jetzt für Maus. Kürgen, und wer ist da am Hass? Nookie. Wird nachgesmoked. Jetzt schon den Go... Was war das für eine Reaktion? War er wahrscheinlich im Reden. Kerrigan am Bratzen. Stirbt. Trubel noch oben. Sandkasten, Runde gedroppt. Haus gesehen. Da gibt's die Flash. Maid ist da. Maid ist da. Sonics, nicht Bratzen! Nicht Bratzen! LOL! Da lag der ihm noch einen rein. Mit 1 AP. Abrox. Und wir flachen nur mit Awe. Das können sie machen. Das können sie machen. Selbst wenn Sonics dann nur 1 AP hat. Wird weggesprengt. Abrox hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Bang doch nicht. Oder Bratz doch nicht. Aim doch einfach mal. Diese Runden, ey. Also das Ergebnis spiegelt bei weitem nicht das Spiel wieder, was wir hier sehen. So viele scheiß knappe Runden. Oh Mann, ey. Allein die Nade schon wieder von Fiflan, glaube ich, war's. Ach Mann, ey. So, machen wir aus mit Eco. Hat überhaupt jemand eine Waffe? Also das gefällt mir auch. Hat man ja auch im Szenetalk gesehen. Oder in der Besprechung bei Knochen. Dass Sonics und Abhox sich da sehr viel überlegen. Wo heißt es natürlich auch, dass sie zusammen am Spot spielen, was man jetzt hier auch sieht. In den Ecos hat sich's bisher ausgezahlt. Hoffentlich wird man dann in den Waffenrunden nicht zu übermütig. Ah, die Fläche war gut gedacht, aber bin leider selbst noch eingeguckt. Ich glaube, hier scheint der Gatrad irgendwann mal gesehen zu haben, deswegen spotte der da alles ab. Der ist aber falsch in Mitte am Skaten. Ja, T-Mitte. Ja, T-Mitte. Ach, so, jede Runde ist jetzt eigentlich noch Zugabe. So, schnapper mit Awe. Großen wird defensiv gespielt. Ach, wie Abhox da weggeflecht wurde. Die zieht sich zurück. Sonics gegengeflecht. Frieber hat der Raum eingenommen. In Mitte jetzt schon wieder Kerrigan und Nuki im Doppel. Kerrigan steht diesmal ein Ticken anders. Die Nades saßen Mitte nicht von Nuki. Oh, einer ist durch. Einer ist durch. Links. Er weiß es immer noch nicht. Oh, jetzt natürlich gute Chancen da bei dem Tee. Neun Damage. Auf neun Damage. Auf neun HP runtergeschossen. Schön, wird gefinished von Troubley. Gegenflash. Noch kein Go. Abhox geschoben. Könnt ihr jetzt Haas vielleicht... Ja, okay. Ja, macht Haas. Jetzt wird eingenommen, bitte. Gefällt mir. Oh, Troubley leider schon gestorben. Da liegt auch ne Smoke. Spott ist da. Abhox macht noch einen Frick. Schön. Schatten gesehen. Oh, wir flannen einfach stark mit Awe. Sonics jetzt erst am Schieben. Gefällt mir auch nicht. Bombe wird gelegt. Nipp auch gut aufgestellt. Einer Sand, einer Spot. Einer tief im Spot. Abhox hat auch auf M4 gewechselt. Action wurde jetzt, glaube ich, schon angesagt. Ach, Sonics noch einen da. Aufspot, glaube ich, gemacht. Aber es dürfte nicht zu holen sein. Da ist es auch leider schon vorbei. 16-5. Aber wie gesagt, gutes Spiel von Maus. Ecos richtig stark. Gute Equipped Rounds teilweise gespielt. Viel Pech gehabt. Manchmal. Wie gesagt, die Ecos hätten sie auf jeden Fall umwinnen müssen. Teilweise. Und vor allem die letzte da als CT. Die eine richtig gute, wo sie Überzahl hatten. 4 gegen 2. Und einfach nicht aufs Spot geschoben haben. Die Ansätze waren da. Maus hat auf jeden Fall auch gut umgeschossen. Nuki vielleicht als Einziger ein bisschen noch nicht richtig ins Spiel gefunden. Aber da brauchen wir ihm wirklich nichts vorwerfen. Als Ansage ist es wirklich schwer, sich da auf sein eigenes Spiel zu konzentrieren. Vor allen Dingen so Anfangsphasen, wo sich das Team noch finden muss. Ansonsten hat der Rest bei Maus gut gegeben. Kerrigan vielleicht noch ein bisschen unter seiner Leistung. Aber Trubel gut. Mit Abhox heute für mich der MVP als CT. Aber überhaupt als Spieler bei Maus. Von daher bin ich gespannt, wie sich die Mäuse hier in nächster Zeit präsentieren. War auf jeden Fall ein gutes, ansehnliches Spiel. Und danke euch auch fürs Einschalten. Und danke euch auch fürs Einschalten.